Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... ...den Golden Koppel. So, mit dabei, 25 Liter wie immer und ein kleiner Wuff wie süß. Hallo! Ich bin nicht süß. Jetzt haben wir ja den Gravierdrucker und den Pulverisierer in Betrieb genommen. Er macht auch schön Platten. Sehr gut. Ja. Soll ich die Wand auch aus den Großholzbrettern machen, aus den braunen? Ja, gern. Oder soll ich zuerst ganz unten einen weißen Rand ziehen und dann oben drauf erst? Das ist ein Creeper. Ah, das sind tausend Creeper. Dann geh da nicht nach hinten. Ja, das dachte ich mir auch eben so. Das ist sogar so ein Teleport-Creeper. Naja, ich hol mal Marvel. Gut, ähm... Wir machen weiter mit dem Me. Richtig. E-Unterstrich. So, wir haben ja schon die nächste Truppenplatte verbrettet. Da brauchen wir eine Diamanten und Diamanten haben wir nicht dabei. Meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Echee, ich hab Diamanten. Bei mir. Ja, schön. Die brauchen nicht einen. Die brauchen... 13. Ich schnuppe. Ich bin schon wieder unten. Wie schnuppe. So, wir entfernen diese Truppenplatte. Machen wir sie... Was? Ah, ich glaub das könnte noch was aussehen, wenn man die Wand auch noch so braun macht. Sieht alles schön braun aus. Sieht alles schön braun aus. Jo. Ähm... Wir gehen so langsam aber sicher die Enderaugen aus. Ja, dann musst du kaufen neue. Ja, wo ist denn der Lard denn dafür? 1,50 für Ente. Für Entes ist es sauer. Aber ich will nicht Ente, ich will Enderaugen. Was? Ja, Ente. Ente kostet 5,50. Ich nenne nur keine Ente. Wir wollen halt keine Ente. Richtig. Dann mach ich Enderaugen. Nein, Ente. Ente... Auge. Ne, Enteraugen, ich finde der nicht. Ente. Der hat ja nichts gehabt, was mir meinen Herr ausnennen da. Ah, okay. Ach, die kann man herstellen aus... Enderflüssigkeit. Ach was, man kann Enderpern aus Enderflüssigkeit? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was ist das denn? Du kannst aus Eisen... Fahrless Accumulator. Was ist denn ein Vibrator? Jaja, das suche ich jetzt gerade. F-L-A-W-L-E-S-L... Da ist er. S-L-G-G-G-G-G-G-G-G. Also das Sneaken mit der Zerstörungsspitzhacke ist böse. Echt? Hätte ich jetzt gleich nicht tun sollen. Jetzt sind meine ganze Röhre wieder freigelegt. Yay! Alles nochmal wegbauen. Ach du Scheiße. Nein, das ist eine Spinne. Mann, diese Monster nerven. Ey, da ist eine Spinne ein Goat. Sieht der mal geil aus. Sie hat ja grüne Finger. Okay, das wird... Was ist das für ein Scheiß, ey. Einen guten Tipp geben. Geht nicht. Wenn ihr jemals eine Spinne seht, die was hungrige Spinne heißt, passt's auf und rennt's weg. Die frisst euer Inventarzeug weg. Gibt's. Nur im Vieh, wenn ihr sie umbringt's. Ja, dann äh... Gute Jagd, ne. Wer gefressen. Äh... Wofi? Ja. Ich weiß, dass ich dich nicht darum bitten will, aber stellst mir reiner Fluxkristall her. Reiner Flux. Reiner Flux. Reiner Flux. Jo, mach ich mein Chef. Bisschen mehr wie vier Stück. Jo. Acht. Jo, ich mach hier ein klein Teilchen. Am besten wär's, wenn du die noch irgendwann mal mit den Kristalldingern da machen würdest. Die Kristallwechsel. Jo. Wo hab ich die reingetan? Da. Da. Eine Reiner. Und wir sind bei... Was? Da. Da können wir das bisschen sortiert haben. Wir fallen Fluxkern gemacht aus Fluxstaub und Sand. Haben wir irgendwo Flux? Äh... Ja. Gibst du mir bitte mal so fünf Stück? Bis zehn? Komm ganz davon wie du hast. Ja, in der Kiste hier oben. Oder eben wo in den Kisten drin sind diese Kristalle da. 64. Ah, super. Ich werd ja bekloppt ne. Man kann ja wirklich Erde herstellen ne. Oh, wer hat das schon wieder am fahren gelassen? Himmel. Und natürlich. Man kann sogar Rottenfleisch zu essen machen. Aha. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Pimmelstein. Ich brauch Pimmelstein. Pimmelstein steht dort. Warum Pulverweiser? Der letzten Pimmelstein. Pimmelstein, Kohle, Stein und Redstone. Ja, das wird ein Problem. Kohle? Ja, erstmal pulverisieren alles. Äh, wo geht das pulverisierte Zeug hin? Äh, nach unten. Nach da hin. Haben wir noch verrottetes Fleisch irgendwo? Nein. Ja, haben wir noch verrottetes Fleisch. Wo haben wir verrottetes Fleisch? Oh. Mein Gott, ich brauch Pimmelstein. Das war es. Ah, eineinhalb Stack. Gib mir doch. Gib mir mal. Pimmelstein. Ja. Pimmelstein geht aus. Ach, bringen wir Pimmelstein bei. Weil Pimmelstein, Redstone und Kohle. Pimmelstein, Redstone und Kohle. Pimmelstein. Wenn ich mich nicht täusche. Pimmelstein, shit. Staub und Sand. Haben wir irgendwo Koppel. Haben wir irgendwo Koppel. Äh, der ist unten. Nein, hab ich dir gesagt. In der Kiste. Nee, der Kiste ist einmal. Außer in der Kiste, wo ich gerade reingucke. Ähm. So. Haben doch beim letzten... Ach, da. Da liegt er ja. Feeder. Viel Crafting, gell. Das ist wohl da, gell. Das ist nicht mehr normal. Anime, du weißt, wo wir Federn haben. Ich hab keine Federn mehr. Ich hab alle verkraften. Muss ich jetzt Hühner jagen gehen, oder was? Ja, super. Und es ist Nacht. Pimmelstein. Ja, und draußen Hühner suchen ist keine gute Idee. Und ich sag dir, wenn du meine Hühner aus meinem Gehege tötest, dann töte ich dich. So, Pimmelstein. Challenge accept. Warte, muss ich denn nicht brennen? Weiß, dass ich besser bin, wenn ich kämpfe, meinst du? Ja, du hast auch eine bessere FPS-Zeit, sehe ich. Also in dem Fall, hm. Nein, das nennt man Skill wieder. Äh, natürlich. Natürlich. Ah, super. Pimmelstein. Wir spielen mit einem Start-PC und ich mit einem Laptop. Wer wird von uns wohl besser sein? Ja, wer wird so... Ja, okay. Ja, 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 ja. Deine Meinung kennen wir. Echt? Wer ist so blöd und spielt auf dem Laptop? Was denn? Das funktioniert doch ein bisschen. Mehr schlecht als recht. Ich hab Spaß. Muss ein bisschen rumspielen, aber es funktioniert. Ich geb meine GTX 770, ja? War das, oder? Ja, 770. Nicht mehr weg. Ja, schön, dass du erstmal nachgucken musstest. Nein. War ein Geschenk. Ah, war ein Geschenk. Ja. Sollten die was es können. Äh, ja. Nein, danke. Schress. Nein. Du? Sag sie, mein Freund schlägt sie. Schlägt sie? Hast du mich grad gesiezt? Ja. Warten sie, mein Freund schlägt sie. Am besten noch mit Zeigefinger. So, uuuuh. Sie sind männlich. Ups, Entschuldigung. Ja, das hat er jetzt mit Männlichkeit nichts zu tun, wenn er mit dem Zeigefinger droht. Ähm. Wie viele Blöcke die Axt abbaut? Wie viele Blöcke die Axt abbaut? Die Spitzhacke. Wir haben echt keine Feder, nee. Das ist ja... Wir haben ne Portal gegangen, aber keine Feder, nee. Haben auch keine Portal gegangen. Wir haben ne Portal gegangen. Ich bin eben durch das gesamte Inventar von uns gegangen. Eine Feder! Oh, Gott sei Dank. Die... 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 Toll. Die ist ja voll gecheatet. Ey, da geht ja gar nichts mehr kaputt. Was? Bei der Spitzhacke? Wir wollten doch zeigen, wie das geht. Hier, ne? Ach, Quatsch. Ich weiß. Das ist voll cool. Darum hab ich die auch jetzt... Die jetzt gemacht. Die ist eigentlich von denen her... labile Bahren. Und... Ich glaub mein Spiel ist grad abgekackt. Nein, das ist nicht. Ein Baustab. Den wir einfach an den. Destination. Ähm... Großer Vorteil. Genau. Ich wollte das. Das. Und... Ein Tintenbeutel. Ein Buch und eine Feder. Jetzt nehme ich mir verrottetes Fleisch. Und wieso funktioniert das jetzt nicht? Das ist unstörbar. Das ist so richtig... Geil-O-Matico. Cheater-Ding. Also das heißt, wir brauchen nie mehr wieder Werkzeuge machen. Das ist cool. Und wir... Wir können das alles wieder einschmelzen. Troppertisch macht mit, ähm... Baumkraft. Baumkraft. Dann haben wir damit auch keine Probleme mehr. Sind alle brutalen Verzauberungen drauf, die es gibt. Fündigkeit... Irgendwie... Effizienz... Fünf... Wie was? Effizienz vier... Alles draufklatschen. Einfach was geht drauf tun. Ja. So. Jetzt haben wir genug Koppel. Äh... Wo ist mein... Ding... Wie... Also... Kristallwischleiniger brauchst du? Ja, das wäre echt super. Sonst dauert es echt ewig. Äh... Hast du den... Die ID von dem, klar? Da? Nein, habe ich nicht. Der heißt doch eh einfach Kristallwachstumsverstärker, heißt der. Äh... Schreib's nicht mal. Warte kurz. Ich guck mal nach. Ich guck mal nach. Ja, wir sind schon wieder durch. Jo Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.